so da bin ich wieder und wo war ich ja ich habe ja gerade mein kind herz gefunden glaube ich und mein ganzes geld ausgegeben so schatzraum möchte ich ja und ein schlüssel war nicht schlecht gehirne sind nicht schwer wir sind sogar sehr einfach in solchen räumen schlüssel juhu was ich bin papst mit you feel blessed moment muss ich gucken was es bringt toll bringt glück na ich glaube glück und noch vielleicht was anderes aber ich kann nicht so gut englisch versteht alles auf englisch aber es bringt auf jeden fall glück was uns nichts bringt weil ich kein habe wobei kein macht ja nur die guten pillen glaube ich ich weiß es nicht geht weg 0 geld 0 bomben 0 schlüssel ein herz das ist sehr sehr schlecht ich höre ich eigentlich keine musik ich glaube das hätte es einfach nur zu leise eingestellt es ist ein bisschen zu laut ja so geht oh gott nein wieder aufgefüllt hurra ja bombe kann ich dir irgendwas gebrauchen ich gucke mal zurück ja für den auf keinen fall doch da bm moment das fünfte tut das gut nach schön das letzte mal im gucken geschwindigkeit filmfall geschwindigkeit vier angriff sieben also maximum und range 1 ja range könnte ich gebrauchen aber scheiß auf range habe ich diese staat und in der mitte hasse nein definitiv nicht nach unten ja raum dürfte nicht allzu schwierig werden wieso ist er da so weit oben her gelaufen der mit dem auge und ich sage auch noch der dürfte nicht alles zu schwierig werden ja doch es geht hält sich im machbaren bereich ja alter schlimm schlimm 1 cent zum glück weiß ich wo der geheimraum ist und dass dein boss drin ist deswegen wollte ich gar nicht jetzt nach dem raum suchen alter so ein raum direkt vom boss ist richtig scheiße ja 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 das mache ich ach du scheiße ach du scheiße gisch ja ich gehe einfach mal zum boss ach du scheiße ja was die helfe bist du denn ja am arsch oh gott ich hoffe es gibt kein ge... ach du scheiße natürlich hätte dein ganzes herz wie viel auch sonst stirb kein verreckt dran er will nicht sterben meine fresse so ein scheiß ich würde auch mal wald kommen wieder ja okay ich... du wunder bist natürlich schon was sehr feines ich weiß im... 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 laden ist noch feuer was ausgeschossen werden muss aber das mache ich erst gleich wenn das nix wird dann... Ihhh, was ist das denn? Hör ich dann auf. Quackshot, Mutantenspinne. Ach, du heilige Scheiße. Und man sieht meine beiden Augen wegen der Augenklappe nicht so gut. Ach man, nur, also die beiden kleinen. Au, meine Fresse. Ein Vierfachschuss. Das ist doch mal geil. Äh, äh, Alter, einmal eben so durch, ey. Irgendein Nachteil? Ja, mal Fallgeschwindigkeit. Das Ganze hat unten und weinte auch. Ich weiß nicht, ob das deswegen kommt. Ich mach den jetzt mal auf die Weise. So, aller zu dumm war hier rum zu gehen. Okay, also, der One gefällt mir jetzt schon. Ist, wer ist in der ersten Ebene, aber Alter, das in der ersten Ebene. Und es ist auch ein brandneues Alten, was ich noch nie kannte. Gut, das bringt es jetzt nicht, aber, naja. Scheiß doch drauf. Oh Gott, es hat gerade extrem angefangen draußen zu pissen, aber ich hoffe, das hört man jetzt nicht in der Aufnahme. Ich höre es ja sogar durchs Mikro, äh, durchs Headset, durchs Mikro. Toll. Weißt du, ich habe, es läuft so gut und dann kriegst du so einen Scheiß-Boss. Und wenn man so lahmarschig ist wie ich, dann ist der richtig behindert. Oh, schön. Es ist tot. Oh, wäre ich jetzt gestorben, ey, das wäre so scheiße gewesen. Ich hätte eine One-Up gehabt, aber das in der ersten Ebene zu kriegen und den ersten Ebene zu verbrauchen, habe ich auch noch nicht geschafft. Und möchte ich auch nicht. Hm, ja. Mach man nur. Und das halbe jetzt fehlt mir noch. Und wenn man so schön ganz nah verscheißen oder feuersteht, kann man das mal eben kaputt schießen. Das ist so schön, also mit einem Schuss so BÄM kaputt, BÄM kaputt. Also, klar, es sind so gesehen vier Schüsse, aber nur einmal drücken. Das ist so schön. Und Bomben. Ist das nicht toll? So, zwei Silbererzen, ach schön. Ach gut, mein Range ist natürlich jetzt nicht so hoch, ne? Aber, naja. Sei es drum. So. Okay, ja, da gehe ich natürlich rein. Oh Gott, was ist das denn für eine Münze? Boah, will ich haben. Okay, wir dürfen wieder Papst spielen. Mann, wieso kriege ich das denn immer mit Cain? Ich hab doch schon Glück. Aber vielleicht bringt es ja doch was Gutes. Boah, ich will die silberne Münze da haben. Ich will wissen, wie viel die bringt. Ist wahrscheinlich ultra selten, wenn ich komme jetzt nicht dran, weil ich keine Bomben habe. Kaputt. Egal, ich gucke einfach. Ah, da können wir auch eine Bombe geben, aber ich gucke im Shop für... Äh, doch eine Bombe könnte ich mir leisten. Und dass es gibt keine Bombe. Ich brauche eine Bombe. Gib mir eine Bombe, bitte. Ich will wissen, wie viel Geld das Ding bringt. Vielleicht ist ja auch ein Passiv weiter. Ich weiß es nicht. Schlüssel. Ja, gut. Kann ich auch gebrauchen, aber... Komm, bitte. Nein. Hundefutter. Naja, nicht das, was ich wollte, aber auch gut. Larry Junior soll es sein. Okay. Mhm. Aha. Ach, der ist drei lang und ein anderes fünf lang. Okay. So. Der ist tot. Und der auch gleich. Jawohl. Ach, du heilige Scheiße. Was bist du denn? Shot speed up. Cat. Oh. Moment. Cat. Ach, ich will mal den Tarotkarten nicht hält. Cat. Bist du da irgendwo bei? Da. Cat. Oh. Nein. Tail. Okay. Okay. Tears will travel faster. Also, die Tränen werden schneller reißen. Also, wahrscheinlich, dass sie schneller fliegen. Und was ist das für ein Raum? Der Goldpokal. Der Goldpokal. Holy Gale. Ich sammle erst mal den ganzen Rest ein. So, 14 und 24, A Dime. Ah, okay. Wahrscheinlich wurde bei einigen Weißig mal wieder automatisch gebildet in Steam, dass einmal A Dime, also das gab es ja vorher schon, eine bessere Textur bekommen hat. Weil das war ja vorher die Textur von einem alten Nickel. Und das jetzige Nickel ist ja jetzt ein bisschen dunkler geworden. Und, wenn da halt dieser, ja, Kirchenraum ist und nicht der Satanraum, ist da halt jetzt auch ein extra Eingang für. Weil da war ja, wie gesagt, vorher auch nur der Satanraum. Oh, alter, durch Wände schießen wir natürlich jetzt sehr cool. Ah, es ist cool, dass die kaputt machen, dann kann ich die besser treffen. Mann, ich liebe den Vierfachschuss. Und, ja, die fliegen um einiges schneller, meine Tränen. Ähm, glaube ich, hoffe ich. Nein, Gott, wie viele neue Items in diesem Wandel. Die Peitsche. Äh, ja. Hier, wie heißt's? Vierfachschuss. Dann konnte ich die neue Textur vom Dime zeigen. Die neue Textur von dem Kirchenraum. Ja, die erste Textur vom Kirchenraum, auch so gesehen. Ach, Katakomben XL. Ach, schön. XL-Ebene. Und Bäm, und Bäm, und Bäm. Und Bäm. Ah. Ich würde mich, als Katakomben zu studieren.